Was geht ab? Der junge Manuel ist ein Roboter45, heute hier in Frankfurt mit dem Bruder Evo Fett. Und wir werden bald auf jeden Fall böse durchdrehen. Die Bangard-Jungs, Pottweiler, United, gar keine Probleme, alles ist easy. Dicke Sachen kommen auf euch zu. Grüße nach Karlsruhe aus dem Ruhrpott. Gebt euch was.